Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 31. Dezember 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 755, die letzte Folge vom Geek Talk Daily in diesem Jahr. Und heute habe ich mit dabei Wise Camera, Home Hub, Windows 10, Windows 11, Outlook und Proton Kalender. Ich beginne mit Wise Cameras. Kennt ihr die? Ich kannte die nicht. Falsch, den Namen kannte ich nicht. Die Kamera selber von der Optik her und so, die ist mir immer wieder mal irgendwo begegnet, wenn ich nach Gadgets Ausschau gehalten habe. Hat mich nie wirklich gross allzu stark interessiert. Ja, jetzt bin ich fast schon richtig glücklich darüber, denn ja, die Dinger wurden unschön behandelt. Die ganzen Benutzerdaten oder Benutzerdaten von 2,4 Millionen Nutzer lagen nämlich öffentlich im Internet. Und das zwischen dem 4. und 26. Dezember 2019 konnte man API-Tokens abgreifen. Man konnte Benutzerkonten wie Firmware-Versionen der Gerätemodelle, eine Liste aller Kameras, die ein Benutzer hat, die E-Mail-Adresse vom Benutzer, die Adresse des Benutzers, der Alexa-Token etc. Bei gewissen Geräten, wo sogar noch Gesundheitsdaten mit aufgezeichnet wurden, ich nehme an Fitness-Armbänder und Wagen und so etwas Zeugs, wahrscheinlich konnten sogar noch Gesundheitsdaten rausgesaugt werden. Ziemlich, ziemlich, ziemlich unschön und wieder mal ein Beweis, dass Dinge wie Apple HomeKit Secure Video keine doofe Entscheidung war von Apple und ich hoffe, dass da auch andere Hersteller auf den Trichter aufsteigen. Denn ja, solche Dinge wie eben Zugriff auf Kamera und die sensiblen Daten möchte man nicht haben. Nein, definitiv nicht. Wenn wir gerade beim Smart Home Bereich sind, da gibt es jetzt ein tolles, lustiges Gadget, das ist anscheinend erlaubt, Nest-Produkte, also es sind Kameras aus dem Hause, Google, Thermostate, Schlösser, Rauchmelder etc. direkt in Apples HomeKit zu integrieren. Was eigentlich nicht geht, weil rein schon, ja, eben Google, Apple und so weiter, mit 89 US-Dollar, ja, im Preis kommt man da in die Richtung, dass man eben solche Gadgets damit auch einbinden kann. Ich bin mal gespannt und werde mir nach Möglichkeit das Ganze in den nächsten Wochen auch ein bisschen genauer anschauen, weil ja, das eine oder andere Google-Gerät liegt ja zu Testzwecken hier auch in einem Testnetzwerk drin. Somit, warum nicht, ausprobieren für ein lebessmart.ch-Blog, könnte man ja machen. Dann habe ich ein kleines, lustiges Video entdeckt, das ein Konzeptvideo ist, welches aufzeigt, wie Windows 10 ausgeschaut hätte, hätte es Apple entwickelt, das behauptet zumindest der, ja, eben entwickelt, wie sagt man denn, der Videomacher dieses Videos, des Konzeptvideos. Man merkt, das Ganze ist ein bisschen zusammengewürfelt und so weiter. Und wenn man sich noch andere Videos von ihm anschaut, das habe ich auch getan, unter anderem ein Windows 11 Konzeptvideo, dann weiss man auch, woher das kommt, weil das schaut nämlich fast gleich aus. Ja, ich würde mich nicht über so eine Mac, in Anführungszeichen, Mac-Version von Windows 10 freuen, aber über was ich mich freuen würde, wenn Microsoft das eine oder andere von dem Konzeptvideo zu Windows 11, beides natürlich in den Shownotes verlinkt, sich annehmen würde und da ein bisschen was reinnehmen täte. Ich hatte es schon mehrfach und deshalb der Komplettheit halber jetzt auch noch hier mit der Outlook-App. Die Outlook-App von Microsoft hat die 100 Millionen Installationshürde geknackt. Das haben ja vorher schon Apps wie Excel, was war da noch dabei, Word, Skype, den Microsoft Launcher etc. geschafft. Und nun hat es eben auch die Mail-App für das Android-Betriebssystem geschafft, diese Hürde zu knacken. Herzliche Gratulation Microsoft, jetzt habt ihr dann bald alle Apps da über dem 100 Millionen Installationsgrenze drüber. Zu guter Letzt gehen wir nochmals, wir bleiben beim Mail, gehen aber hier in den Ursprung vom Geek-Tock-Tail, nämlich in die Schweiz zurück. ProtonMail, der sichere Mail-Anbieter aus der Schweiz, ursprünglich aus dem CERN, da wo ja auch das WWW mit erfunden wurde oder mitgegründet wurde, wie auch immer. Die haben neben ihrem Mailing-Software jetzt auch einen Kalender, der End-zu-End verschlüsselt ist im Angebot. Das Ganze ist noch unter Beta zu nutzen. Ich werde mir das mal anschauen, sobald ich die Möglichkeit habe. So einen kostenlosen Account bei ProtonMail habe ich auch. Mir hat es bis jetzt noch nicht gereicht, aber er weiss, vielleicht wenn die Mail noch dazu, eben der Kalender noch dazukommt und auch richtig gut funktioniert, auch im Team etc. Da bin ich extrem gespannt, vor allem da sie auch noch ein VPN in dem Portfolio mit drin haben. Dann wird das Ganze langsam eine runde Sache. Gefällt mir und ja, mal schauen. Im 2020 will man dann auch iOS und Android-Apps folgen lassen, wo dann wahrscheinlich eben das Ganze dann komplett in einem Angebot mit drin ist. Ich bin gespannt. Ihr dürft es auch sein. Euch wünsche ich heute noch einen schönen letzten Tag in diesem Jahr. Geniesst ihn und geniesst den Rutsch ins neue Jahr. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch nächstes Jahr wieder zuhören würdet und euch bei uns mal melden würdet. Mein Gott, reden. Auf Feedback freuen wir uns natürlich auch im neuen Jahr wieder. In diesem Sinne, bevor es noch schlimmer wird, euch einen schönen Tag. Bis dann. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.